Ja, gestern war es wirklich ein super schöner Tag für mich und natürlich habe ich heuer schon schwierige Zeiten erlebt mit der langen Krankheit, aber ich habe trotzdem immer an mich geglaubt und auch an die Chance hier bei den Olympischen Spielen im Riesensaal, um vielleicht mal eine Medaille zu machen und zuzuschlagen. Ja, aber trotzdem war es dann gestern natürlich ein super schöner Tag für mich, als es dann wirklich auch festgestanden ist, weil klar, das nötige Glück muss dann auch dazugehören und das war dann gestern auch zum Glück auf meiner Seite. Ich habe schon gewusst, nach dem ersten Lauf, es hat zwar nach viel geklungen, der Rückstand, 1,36 und ich habe schon gewusst, okay, ganz nach vorne wird es wahrscheinlich schwierig, um die Tinnermase zu schlagen, aber ich habe gewusst, mit einem guten zweiten Lauf kann man da schon noch was gut machen, weil den Vorsprung, den sie im ersten rausgefahren hat, dessen war ich mir schon bewusst, dass ich das auch im zweiten vielleicht umdrehen kann. Ja, aber wie gesagt, natürlich, man munkelt schon und hofft natürlich auf der einen Seite, aber wie ich es schon gesagt habe, es gehören so viele Faktoren dazu, eben das Glück, dann auch, dass man es wirklich runterbringt, dass man fehlerfrei runterfährt. Ja, und dass ich dann einfach das Zehntel vor der Nadja Fankini, die sie ja viertig geworden war und dementsprechend dann auch die Bronzemedaille gewinnen konnte.